ich bin total beknackt warum naja ja natürlich weil ich erkunde unten die höhle ja und dass die pumpe gerade immer weiter pumpen und du weißt dass das eine steam engine ist die unten an der pompe hängt das heißt irgendwann macht es unter umständen so ich hab mal was ausgetauscht bei uns besitzen jetzt keine besitzen jetzt kein crafting table mehr nein woher weißt du weil es nur die zwei möglichkeiten gibt ja aber mit dem project table ist es auch ein bisschen einfacher da kannst du zum beispiel sachen die du gerade über die zum beispiel sind oft nutzt die kannst du ja dann ein perfekter rein tun so weißt du ich mag dich jetzt nicht in deiner euphorie unterbrechen aber ich weiß wie das ding funktioniert ich wollte nur sagen ich finde es einfach besser dass wir sowas haben nein bitte wochen des slime balls bestimmt irgendwann für irgendwas ich weiß aber jetzt nicht okay ein nacht sein an dieser project table oder das ist kleinere übel das witzige ist jetzt siehst du sogar was ich kraften das ist echt interessant ich dass du müsstest du eigentlich und hier meine lieben leute gucken wir uns jetzt mal an was die ich bin kraft jetzt dann 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 so ach hier den kann ich wieder auswählen dafür okay vielleicht kann du musst das rezept kennen also weiß eventuell kennen das heißt du kannst dir denken was es wird ja brauchen wir haben unten so viele maschinen die laufen alle teils zu langsam dass auf jeden fall in jeder maschine mindestens einer drin ist weißt du weil genau warte ich kannst du kannst du ganz genau genau da wollte ich noch drin haben in jeder maschine ist jetzt ein overclocker drin in jeder die hier steht oh nein wir haben jetzt einen overlocker in jeder maschine maschine das heißt wir werden die maschine overlocken aber ich habe auch nie verstanden warum wir nicht schon so weit waren dass wir ein project tables hier stehen hatten naja erstmal weil wir faul waren ich finde es halt um einiges besser wie gesagt irgendwie habe ich schon mal auf dem eis aber ich will jetzt nicht essen solar oder lutschen bis das weiße kommt stimmt ich müsste dafür ein solarpanel bauen und fünf eisen und drei copper den witz gerade hast du nicht gehört ne kaul das glas generator für den general also ich brauche so viel machen wir nochmal welche davon das ist ja okay spiel ich hab's ja verstanden gehst du mir langsam auf dem senkel dass du immer viewfind albern brauchst äh ich weiß wir haben ein bisschen aber das wird nicht reichen jetzt davon will man ganz kurz schlafen ja warum hattest du grad ein ding inszenant weil das rein zufällig noch in der kiste drin lag wo ist der hier die solarpanel äh solarpanel sag ich schon solarhelm seh ich jetzt nicht toll aus wie megaman also wenn ich das so weitergemache habe ich bald äh ich hab sowieso schon so wenig ähm ich werde mir jetzt ein elektronen jetpack nehmen jetzt will ich doch mal gucken wie effektiv ist denn das der helm ja toll jetzt muss ich mir so ein ding äh jetzt muss ich mir noch so ein volat panic craften und so äh und ich hab unten in die feind iron gemacht also in die kisse in die dingens gepackt so wie schnell lädst du den aufdruhhelm bist du effektiv oder eher weniger ok der helm lädt langsam auf so naja ist ja nicht weiter tragisch äh wir bräuchten übrigens eventuell äh warte gibt sie hier dieser gab doch ein re-charge table in tech light ich bin mir gerade nur unsicher ob es denn hier auch gibt's naja wenn du charge eingibst irgendwie taucht nur ein fire charge auf wofür denn ein recharge wofür brauchst du ne ich dachte ich dachte es gäbe ein recharge table aber du könntest das jetpack ja auch einfach in den mfe packen in den mfe packen oder später in den mfe das nächste was irgendwas danach kommt ok solar solar wir älter das ist ja hart wir haben kaum noch cold dust cold dust hab ich gemacht man habe ich hab man das in dich reingepackt nein nein in dich nein in dich ach gibt's bestimmt in dich ja natürlich in dich um cold dust herzustellen hm wir sollten den qualmen mal wieder anschmaßen oh ich merk's er ist leer aber jetzt guck erstmal nach wie weit er ist ob sich's ok stopp stopp das ist interessant hm äh smelting ernsthaft und und cold dust herzustellen musst du irgendeinen scheiß machen? irgendeinen scheiß machen ja wenn ich das richtig sehe im cold dust herzustellen brauche ich hydrated cold dust und hydrated cold dust ich weiß ich weiß nicht wie ich an cold dust komme also in den ofen hat es nichts gebracht weil da habe ich dann einfach mal gerade cryosote oil bekommen ungewollterweise wie kriege ich cold dust? indem du kohle in den äh indem du kohle in den äh zerkleinerer reinschmeißt doch in den messer wird da ist nichts passiert als ich das da reingezahnt hab beziehungsweise ich glaub doch ja ja äh der braucht nur lange dafür obwohl du ein overclocker drin hast der braucht lange ums da ums zu zerkleinern interessant wir müssten irgendwann mal wieder ein ding ins kommen ähm wolltest du dich nicht kurz rumkümmern dass der ja ich bin doch gerade schon auf dem weg nach unten äh hier lang die sollten unbedingt hier unten schleder dran klemmen ey wofür braucht man dieses kreosote oil äh ich weiß es gerade gar nicht daraus kannst du wooden tie machen und aus wooden tie ach da machst du dann die 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 schienen ach das heißt moment mal haben die ernsthaft die haben die schweine haben doch ernsthaft das schienen äh rezept entfernt nur damit damit man dieses umständlichere schienen rezept macht weiss das finde ich auch nicht nett okay das heißt ich brauche ja schon wieder solarpanel oh mensch kannst du mal bitte sagen wie voll der query da draußen ist okay ich fliege dahin ich glaube ich hole mir jetzt echt noch ein Eis und lutsche bis das weiße kommt so das ist ouch ouch also die sind noch nicht mal die sind noch nicht mal die sind gerade mal wenn es hochkommt ob ein siebtel oder ein sechstel voll die teile alter sehr verhöhlt hier unten ich wollte glaube ich irgendwo mal die playlist mal säubern da war gerade ein 30 ich glaube 20 sekunden track nur drin aber ich glaube da bin ich schon lange auf dem weg zu hm 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 hast du so hm 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 das ist das beste gespräch ever hm 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 ja erzähl noch mehr so aus dem schwank deiner jugend gestern nee letztes jahr im ferienlager da haben wir uns flut nein ähm okay infos die glaube ich nicht unbedingt jeder wissen will die haben die auch dieses automatic craft sogar mit drin okay wofür ein template drawing table wofür braucht man denn ein template drawing table keine ahnung du hast internet guck im internet nach ich bin am aufnehmen ich will nicht dass noch mehr in noch mehr die frames flirten gehen als jetzt schon für kohle zerkleinern jetzt reicht es mir Kommt her, ihr scheiß Overclocks. Dass der ernsthaft für Kohle zerkleinert so lange braucht, weißt du? Habe ich jetzt kurzzeitig aus den anderen Macewaters die Overclocks genommen und jetzt hat dieser Macewater gerade vier Overclocks, damit das noch ein bisschen schneller geht. So ein Pisse. Aber dass einfach in der Nähe dieses Quirbys keine Diamanten sind, ist das mal aufgefallen? Was, die? Minimal. Aber gut. Ja. Wie gesagt, auch umsetzt. Ja, werden wir ja sowieso dann, wenn der unten angekommen ist. Das war ja sowieso geplant. Boah, sag mal, wie viel fassen die drei Laberdinger? Weil der Tank, der ist jetzt leer. Ich gucke kurz. Ich gucke. Ich war nämlich kurzzeitig weg, weil ich kurz bei dem Macewater war. Weil ansonsten müssen wir echt gucken, dass wir eventuell... Aha, die sind aber fast alle voll. Ja, du bist auf der eine, der ist zu zwei Drittel voll, aber alle anderen sind fast voll. Da fehlt für uns hoch, kommt noch ein Pixel oder zwei und dann sind sie voll. Wobei, nee, warte, ich hab da eben gar erzählt. Ähm, wenn wir den Quirby versetzen, ist das mit dem Kraftwerk ja eigentlich nicht weg. Je nachdem, wie wir den versetzen. Wie meine ich jetzt? Wobei doch, eigentlich... Nee, doch, äh, ja, sorry. Eigentlich ist die Lava dann weg, weil wir müssen ja die Kraftwerke, also die Geothermalkraft ja auch abholzen. Autsch. Weil wir ja ansonsten nämlich den Quirby nicht... Wobei doch, wir können den Quirby anders setzen. Wir müssen halt nur die Landmarks anders setzen, dann kann er da erstmal stehen bleiben. Wenn wir die Landmarks jetzt auf die andere Seite setzen, dass der quasi nach links rausgräbt, dann kann der ja so stehen bleiben. Ja, aber das machen wir ja dann erst, wie gesagt, wenn der ja unten ist, ne? Ich wandle auf den... Auf den... Ich brauche sehr... Oh nein. So viel Eisen. Wir haben sowieso schon so wenig Eisen und... Ich muss ernsthaft Iron Furniture bauen. Äh... Nur ein Puzzler-Penn braucht ein Iron Furniture. Das heißt... Ich brauche acht Iron Furniture. Skelette! Ich entflieh euren... Pfeilen! Und schürzt mich fast zur Tode. Solange es noch fast ist. Wie gesagt, schmeiß doch hier in die... In die Vermehrbox noch ein bisschen Iron. Weißt du, was ich mich frage? Funktioniert das eigentlich, wenn ich den jetzt... Yes! Genau aus dessen Grund liebe ich den Project Table. Da hast du noch zwölf Iron. Ja, ja, aber ich liebe den Project Table, weil... Ich kann einfach so gehen und das Rezept bleibt drin. Geil! Außer er klaut mir die Iron... Äh... Die Iron Furniture. Gibst du mir sie auch irgendwann wieder? In welcher Kiste sind sie? Natürlich! Ich schmeiß was, was keine EMC hat, in die EMC-Kiste. Ach, nicht Irm, bei dir würde mich nichts wundern! Na klar! Alles klar! Re-Batter... Oh nö, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch? Ja, zwei Re-Batterien haben wir noch. Ist auch nicht viel. Naja, wir haben jetzt noch zwölf Iron, jetzt haben wir es knapp. Ja, ich habe noch 56 bzw. 59 im Inventar. Ich meine, ansonsten, äh, lass uns den Dia opfern. Ein Iron hat 256, ein Dia hat 8192. Damit wirst du schon ein paar, äh, paar Iron-Dinger rausbekommen. Das ist aber nur noch ein Dia haben wir, deswegen... Äh, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ich weiß ich doch nicht. Wollte mal gucken, wo die Landmarks sind, ob wir überhaupt noch Landmarks haben. Jo, haben wir noch. So... Und dann kann... Lass mal grad schlafen gehen. Schön ist, das Rezept bleibt schön im Project Table. Das heißt, ich kann währenddessen, äh... Dann könnte ich nämlich rein in der Theorie... Oh, Creeper. Dann könnte ich rein in der Theorie... Oh, Creeper. Re-Batterie. So eiskalt. Oh, Creeper. Für eine Re-Batterie brauche ich Tim. Redstone und... Redstone. Cobalt. Natürlich. Ich treffe natürlich genau das Wehrosenblatt. Na, fickt euch mal. So, dann zack. Zwei habe ich. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.